In diesem Video geht es um die besten Babyflaschen. Der Qualitätssieger in unserem Babyflaschetest geht an die NUK First Choice. Mit dem NUK Starter Set aus vier Babyflaschen und einer Flaschenbox haben Sie alle wichtigen Utensilien für Ihr Baby zusammen. Die First Choice Babyflaschen verfügen über einen kiefergerechten Trinksauger und eine extra weiche Softzone, die der Brustwarze der Mutter nachempfunden ist. So nimmt das Baby den Trinksauger leichter an und die Mutter kann Stillen und Flaschenfütterung kombinieren. Die integrierte Temperaturanzeige wechselt von blau zu weiß, wenn die Milch in der Flasche zu heiß ist, sodass die Flaschennahrung immer eine angenehme Temperatur hat. Dank dem NUK Anti-Colic Air System können Babys entspannt trinken, ohne dabei Luft zu schlucken. Jede Flasche ist außerdem BPA-frei und strapazierfähig. Die Zusammenstellung enthält außerdem eine praktische Flaschenbox, die bis zu 6 NUK First Choice Flaschen fasst und ideal für Transport oder Aufbewahrung ist. Durch seine besonders natürliche Form wird der NUK Trinksauger von Säuglingen sehr gut akzeptiert. Damit eignet er sich auch für Babys, bei denen Stillen und Flaschenernährung miteinander kombiniert werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Philips Event SCF03 und 30. Noch natürlicher Dank verbessertem Sauger. Philips Event Natural Baby Flaschen. Der brustähnliche Sauger mit dem flexiblen Spiraldesign und dem Komfortkissen ermöglicht ein naturnahes Trinkverhalten für ihr Baby. Das im Sauger enthaltene Antikolik-System reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch ihres Babys gelangt. Die ergonomische Form der Flasche bietet maximalen Komfort bei der Handhabung, Reinigung und auch beim Halten, auch für kleine Babyhände. Die Philips Event Natural Flasche besteht aus BPA-freiem Kunststoff und ist geruchs- und geschmacksneutral. Royal Philips NV List of Regulated Substances in Products in Produkt Packaging, SL von 2018 bis 2. Philips Event Natural Flaschen eignen sich für eine einfache Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Der Preis-Leistung-Sieger in dem XXG-Test ist der XXG. Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung. Ein flexibles Spiraldesign kombiniert mit dem einzigartigen Komfortkissen ergibt einen flexiblen Sauger, der ein naturnahes Trinkverhalten ermöglicht. Das Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch ihres Babys gelangt. Der Sauger für langsamen Nahrungsfluss empfiehlt sich ab dem ersten Monat. Dank der einzigartigen Form ist die Flasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände. Der breite Flaschenhals ermöglicht ein einfaches Auffüllen und eine einfache Reinigung. Die Flasche besteht nur aus wenigen Teilen für ein schnelles und einfaches Zusammensetzen. Die Philips Event Natural Flasche ist mit dem Philips Event Sortiment kompatibel, mit Ausnahme der Anticholic Flaschen und Bechergriffe. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.